Guten Tag, mein Name ist Andreas Koll und ich schneide gerade meinen Urlaubsfilm. Eine Woche Tirol, St. Anton am Arlberg im Genusshotel Sonnenbichel. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Nun, es ist insofern etwas Besonderes, weil ich diese Reise gewonnen habe. Als Leser und Abonnent der Zeitschrift Computerbild kann ich regelmäßig an Gewinnspielen teilnehmen, die dort im VIP-Club angeboten werden. In diesem Jahr hatte ich Glück und habe im großen Sommer-Gewinnspiel 2019 diese Reise gewonnen. Enthalten waren sieben Übernachtungen im Komfortzimmer, Frühstücksbuffet, abends gab es ein leckeres Fünf-Gänge-Menü, dazu die Benutzung aller im Betrieb befindlichen Bergbahnen, zwei Erlebniswanderungen, ein Tag E-Bike und vieles mehr. Es war ein großer Spaß, wir hatten eine wunderschöne Zeit bei tollem Wetter. Wenn Sie Interesse daran haben zu sehen, was wir alles erlebt haben, bleiben Sie ein paar Minuten dran und schauen Sie unseren Film an. Viel Spaß dabei! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020